Was fasziniert Sie bei TUSSOL? TUSSOL ist für uns ein neuer, sehr, sehr innovativer Ansatz im Rahmen der Energiewende. Und ganz speziell ist ein Ansatz, der die multifunktionale Nutzung von grösseren Gebäuden, der eben dieser Nutzung optimal entgegenkommt. Was sind das für Nutzungen? Da sind beispielsweise große Umnutzungen in der Stadt drin, wo Einkaufszentren, Büroaktivitäten, Gymnastikaktivitäten zusammen mitwohnen eine sehr unterschiedliche Nutzung der Gebäude dann bewirkt. Zu den ErdwMS-Sonden. Man sagt, man hat eine Garantie für 100 Jahre, aber die Erfahrungen beschränken sich ja auf 30 Jahre jetzt. Wie kann ein Investor sicher sein, dass das dann auch 100 Jahre hält? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. 30 Jahre sind abgesichert durch den Einsatz. Auf der anderen Seite haben wir, wie bei allen technischen Einrichtungen natürlich, Überlegungen, wie wir mit Kurzzeitstests, mit Anwendungsverhältnissen, eben auch Prognosen machen. Und weil diese Stoffe auch in der Wasserwirtschaft für Wasserzuleitungen unter Boden ganz ähnlich verwendet werden, schon länger verwendet werden und dann auch hochgerechnet wurden, gehen wir davon aus, dass sie in Nicht-Erdbebengebieten weit über 100 Jahre halten sollten.